Am späten Donnerstagabend war eine Diskussion im Bundestag über das Thema Christenverfolgung. Die AfD hat einen Antrag gestellt, dass Maßnahmen getroffen werden sollen gegen Länder, in denen Christen intensiv verfolgt werden, zum Beispiel auch Maßnahmen gegen die Eliten in diesen Ländern. Und erstaunlich war, in welcher Einmütigkeit die anderen Parteien versucht haben, diesen AfD-Vorstoß anzugreifen. Ich hätte eigentlich darauf gewartet, ich hätte erhofft, dass man jetzt auf den Zug aufspringt und sagt, jawohl, gegen Christenverfolgung muss etwas getan werden und wer soll den verfolgten Christen in der Welt helfen, wenn nicht die Länder mit christlicher Tradition wie unseres. Aber es ist etwas anderes geschehen. Man hat auf uns verbal eingeschlagen, beispielsweise mit der Behauptung, wer Christenverfolgung anprangert. Und dann, wie die AfD noch dazu sagt, die schlimmsten Länder mit Christenverfolgung sind muslimische Länder, was einfach einen Hintergrund hat, einen wahrhaftigen Hintergrund hat, weil der radikale Islam in dieser Art und Weise sehr intolerant ist. Wenn also wir AfD darauf hinweisen, dass es diese Christenverfolgung stark in islamischen Ländern gibt, dann werfen uns die anderen vor, wir wollten jetzt die Christen gegen die Muslime ausspielen. In Wirklichkeit sprechen wir Fakten an. Und was steckt dahinter? Die anderen Parteien spüren, dass wir AfD viele Probleme ansprechen, die den Leuten am Herzen liegen. Wir werden stärker. Und die anderen möchten dagegen jetzt ein neues, altes Bollwerk aufbauen. Die politische Korrektheit wieder voll in Kraft setzen. Überall, wenn wir etwas sagen, wenn wir Anträge stellen, wenn wir Anfragen an die Bundesregierung richten, die jetzt nicht der politischen Korrektheit entsprechen, dann kommen sie wieder mit der Nazi-Keule, dann kommen sie wieder mit der Rassismus-Keule, wollen also die sachlichen Themen, die in Wirklichkeit den Menschen auf den Nägeln brennen, nicht diskutiert haben, sondern wollen uns vorwerfen. Wir sagen, wir reden das Falsche im falschen Ton. Und auf die Art und Weise greifen auch gerade die Unionsparteien, die CDU und die CSU, die AfD, stark an. Die glauben wohl, dass sie die verlorenen Anhänger wieder zu sich rüberziehen können und nehmen Argumente von der linken Seite auf. Diese dumme Nazi-Keule, die kommt ja von der linken Seite. Das heißt, die Union rutscht immer weiter nach links mit ihrer Argumentation. Und das ist absolut paradox in meinen Augen.